Wir sind hier noch auf diesem, ja, wie soll ich sagen, auf dieser Festung und jetzt geht es hier an Bord weiter. Mal kurz gucken, mapptechnisch ist das hier. For le Croix. Okay, dann lassen wir gucken. Steuerrad, hallo. Jedenfalls habe ich unter anderem Karten und Aufzeichnungen über französische Handelsrouten gefunden. Was denkt ihr, Gist? Vielleicht können wir sie ja benutzen, um der Royal Navy zu helfen und unsere Taschen zu füllen. Die Karten sind in ihrer Kabine, Käpt'n, falls ihr es betrachten wollt. Upsi, fast runtergejumpt. Ja, ich will sie betrachten. Oh, sieben Jahre gekriegt, nur von 33 abgeschlossen. Ok doki. Also, das ist das Game wie bei, ähm, sag schnell, wie bei Black Flag. Aber wir müssen erstmal ein paar Schiffchen klar machen. Also, habe ich gesehen. Ist jetzt aber nicht wichtig. Oh. Nichtsdestotrotz könnten wir natürlich... Oh, Verbesserungen sind verfügbar. Was denn? 13 Schleifen haben wir und was gibt's dafür? Ich habe aber nicht genug Material. Wo denn? Oh, hier. Okay, wir müssen unbedingt mal ein bisschen auf Kaperfahrt gehen. Okay, so. Ich wollte eigentlich ja mal gucken, was... Ähm, wo ist denn das hier? Oh, Karte. Ich drücke immer die falschen Knöpfchen. Ähm. Gibt's ja diese komischen Lager, ne? Wie war das? Das Ding da. Das würde mir schon mal einigermaßen interessieren. Da könnte ich natürlich mal gucken, oder? Äh, das war in dieser Bucht, wo wir letztes Mal waren. Wir könnten natürlich auch ein bisschen rumknattern oder da hinten hinfahren. Das ist aber schon schwer, das Gebiet. Das hier ist leicht. Okay. Und dann können wir vielleicht uns das Ding auch noch vornehmen. Weiß ich nicht. Also mal gucken. Der Colonel dankt und gratuliert euch, Shay. Er ist wieder in New York. Aber ihr wirkt bestürzt. Gar nicht. Fragt ihr euch manchmal, ob ihr richtig handelt geht? Ob ihr den rechten Weg wählt? Äh, habe ich, junger Freund, aber nicht mehr. Nicht, seit ich den Colonel kenne. Und was gäbe's zu fragen? Die Franzosen stehen auf unserem Land. Es wird Zeit, sie zu verjagen. Ist er da hinten in der Bucht, ne? Die Franzosen stehen auf dem Weg. Geht gut, wartet auf Aufnahme, so. Muss man da anlegen dann und dann das irgendwie ausrauben oder was? Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Warte, warte. Upsi. Ich habe keine Ahnung, wie es gehen soll. ich springe aber mal runter und gucken wir das nochmal an ich schwimme da mal hin eine templerkarte, die das hier zeigt sehr interessant lass mal kurz gucken also templerkarte klauen so wir sind kartentechnisch, kann man mal gucken 692 minus 614 tja 685 irgendwas, diese ok erstmal egal, weil wir gucken mal eben, dass wir es da hinten irgendwie finden wenn das überhaupt geht, dann wäre es auch ganz anders gedacht so sieht es fast aus, ha oh wow die habe ich jetzt nicht gerechnet, du Vogel so blöder Kerl ok, heißt aber, dass man hier eigentlich rumlaufen kann ok was ist denn hier los grenzkonflikt jetzt Okay, dann muss ich mir ein bisschen nulizieren, ein Klaun. und nehmt das Leben der Verbündeten Das ist ein Faktier. Ich sehe, wir müssen nur warten, um die Feuer zu laufen und zu schlagen. 3 Teile für den Kapitän! Grins Konflikt. Okay, wir sind drin. Die streiten immer noch. Die streiten immer noch nicht. Ja, wir sind drin. Wir sind drin, oder? Ja, wir sind drin. Auf der anderen Seite! Drei Teufel für den Kapitän! Unsere Macht ist nicht beobacht. Okay... Ja, die ohne Führung. Ja, die ohne Führung. Ja, die ohne Führung. Truhe blindern. Okay, es gibt eine Truhe oder was? Okay, und die Truhe ist die hier. Oh, nice! Okay, das lohnt sich. Nachschublade, alles klar. Sonst noch irgendwas hier. Ist gar nicht so schlecht. Muss halt eigentlich nur wissen, wo man hier bleibt, ne? Weil am Ende des Tages jetzt so 100 km zum Schiff zurückschwimmen. Okay, was ist denn hier alles noch? Okidoki. Ich darf mal so hingehen, aber ich weiß nicht. Ja. 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 Das ist gar nicht so übel. Okay, und hier haben wir noch ein schönes Lager. Lass uns doch mal... Wir brauchen nämlich Material. Wir sind ins Lager. Wir können es reinziehen. Wie kommen wir da hin? Lassen wir mal markieren. Tup, tup. Ganz hinten drin. Tup, tup. Ich glaube, ich brauche das. Das ist ein Verzweck. ok mal gucken dass wir so ein bisschen ausbaldofern hier und nicht wieder so blind da reinräumen ja doch ein paar sind da ok das ist mega bewacht oder was da drinnen ok überfall auf dem außenposten ok außenposten ist es nicht so einfach scheinbar wo bist du holzfäller ne hacke ok ok da ist mit sie schon mit alarmglocken also ein scheiß ich will gucken dass sie da rein kommen aha er hat den schlüssel sehr schön ok 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 so jetzt müssen wir wissen wo das ding ist das da hin wahrscheinlich das da ja 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 da steht auch noch davor oder nicht oui oui ah shit Tabakstoff ok Stein das bringt auf jeden Fall mega ok muss man das hier mal machen ne das Gebiet verlassen jo kein Thema fisch oben rüber oder will ich hier noch irgendwas ich weiß gar nicht ob ich hier noch irgendwas will ja eigentlich will ich hier nur abhauen oder können wir auch da rüber laufen warte mal ja ähm brauchen wir ein Bäumchen denke ich mal so Kiste steht hier ne mal nix verkommen lassen und ich gehe einfach dachte ich durchs Tor hm oh das geht auch nicht hm hm komm tap 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 da rüber ne so krass das bringt's natürlich lass uns zurück zum Schiff und dann mal ein bisschen tunen wenn es geht Moment oh ne die ist jetzt dahinter oder was ok ok vanmiss mal hallo wiii 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 da ist die Windühle cool oh kann ich sie vielleicht oh Tune ist natürlich nicht schlecht lass mal gucken Kohle müsste irgendwie reichen und wer steht da? das ist ein komischer Vogel ok how much 10 10 na das koste halt ganz gut ne was steht denn hier so ist es dann ist es dann komplett aufgetunt renovierung alles fertig ok das ist natürlich cool ne so Schiffchen steht ganz woanders doch da hinten alles klar lauf wir da mal hin so Schnellreisepunkt haben wir auch alles cool ok gucken wir mal ob wir nicht jetzt alles verprasst haben hier mit Renovierung aber ich glaub nicht oder? muss ich da jetzt hinschwimmen? ne ich lauf jetzt mal hier rum alles voll mit Patrouillen oh Leute keine Zeit oh nice oh wir müssen ja auf die Minimap gucken hu hu Leute hart ab wie kommen wir denn da hin jetzt? ganz schön mal katschinn ab und zu Wasser Was für ein Ramschbaum, liebe Freunde So, wir haben ganz schön viel eingesammelt, mal gucken, ob wir das tun können Alter, noch nix, ne, weil gerade wieder alles verprasst Okay, müssen wir ein paar Sachen halten, was haben wir hier? Stauraum, das ging ja schlecht, wie wäre es mit Mörserkugeln, finde ich besser Ah, echt, da habe ich keine Rohstoffe ab, echt Muss ja ein bisschen was sammeln jetzt Okidoki, ich glaube aber, die freuen sich natürlich, wenn wir ein bisschen was getunt haben Aber ist gar nicht so schwer, müssen wir ein paar Sachen einsammeln Das mache ich vielleicht ein bisschen offline und dann melde ich mich mal wieder mit Story, oder? Also, bis denne, ciao!